hallo hier haben wir eine bock doppelbüchse im kaliber 9,3 x 74 r von der marke hubertus steht da drauf die waffe beschriftet mit hubertus dann ist mit hilfe einer schwenkmontage ein busch schnell 1,25 bis 5 x 32 montiert ja dann hat die waffe zwischen den beiden kugelläufen eine sichtschutzblende aus holz eingebracht warum auch immer der vorbesitzer fand das vielleicht schöner wenn das nicht so offen ist hier ist die so digital und da hinten auf 50 meter steht die scheibe und jetzt wollen wir mal schauen wo die wache hinschießt noch gar nicht so schlecht bisschen hoch in die 10 der zweite ist ein bisschen links daneben aber das sieht doch nicht schlecht aus ja